Leute, hallo und ich komme zurück zu, äh, 0-2-Hero spielen wir genau, ich muss gerade überlegen, was wir spielen, aber ja, mit, mit dabei der Teko, der Sachsen-Satz-Player, HiHopters, und der Tino, so, hi Leute, hi, so, noch eine Runde auf Dust, ähm, auch noch ein Sieg, um eingerankt zu werden, aber naja, schauen wir mal, ich denke mal, jetzt hier auf Faller 1, ja, wir müssen mit der positiven Einstellung reingehen, zerlegt die Gegner, zwei Nails, ja, so läuft's, Wurde geblockt, mit den Nails, komplett fängigst, What? Wie gesagt, positiv da rangehen, auf geht's, wuhu! Wuhu, yay! War das jetzt, das ist, das ist, okay. Auf jeden Fall ist es eine kurze Runde, Sportzeit. Jetzt werden wir noch mal lange gehen, damit rechnen die Lien. Oh, meine Freunde! Was? Also, ich kann durch die Nails durch. Ich auch. Oh, ich hab ein Handy unten! Er hat ein Handy gefressen. Noch einen. 50 HP hat einer verloren. Eine P90. Es gibt überhaupt keinen Sinn, sich eine P90 zu kaufen. Oh Gott, länger besser in der zweiten Runde, und bringt auch noch den 3er, den 300% Bonus. Oh Gott, also er hat einmal links, zweimal rechts. Ja, aber meine P90, die bringt in der zweiten Runde, äh, in der ersten Runde. Hey, er hat den Kling gemacht. Das war heftig, wenn die abgehen, hm? Weil die MPs haben. Nochmal, lass mal, lass mal mit zu rushen. Go, let's go mit, go, go. Sagst du, kauft sie mit hin, okay. Ja, ja. Vertrauen mir, Mann. Allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte auch schon Runden, wo wir die erste verloren haben, die zweite gewonnen, aber das ist ja hoffnungslos hier gerade. Oh Gott, da sind mehr wie einer mit. Ich hab einen, hab ich! Natürlich, ich! Drei Leute um mich herum, natürlich! Hieß da auch nicht! Auf wen sonst? Wir wissen auf jeden Fall, dass wir jetzt kommen. Ja, auch. Den Deckel, Malte, oder? Hm? Verstande da? Verstande da? Ist ihm, ist ihm... Ist ihm, wo es, dass er Hopeless falsch gespielt hat? Wegen Hopeless. 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 Hopeless, ja, eigentlich Hopeless. Fuck off. Schön, dass du mir den Kopf hälst. Nur noch mal einer kurz. Was? Er war noch nicht getroffen. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwie nur seinen scheiß Kopf sehe. GG. We won. I got an AWP. GG. Oh Mike, Alter. Ja, laber einfach mal nicht so viel Scheiße, ne? Wirklich. Das ist echt. Das sah doch voll aus, oder? Also jetzt zeigt er, was er kann. Das ist ja Wahnsinn. Hallo, wer war letzte Runde Erste? Du nicht. Doch. Ich kann jo melden. Texten. Bindestens 2 HP. Wahrscheinlich auch wieder die AWP. Ich merk's. Ja. Da ist einer rechts in die Ecke gesprungen. Oh, die kommen durch, die kommen durch, die kommen durch. Lang ist durch, oh Gott. Zwei lang. Mitte war was. Was? Wie weit geht denn die raus? Der drückt auch wieder ab. Oh, ich denke der rechts seine Ecke. Oh Gott, ich bin so unkonzentriert gerade. Der ist abgelenkt, sagst du auch lang. Der ist abgelenkt. Jetzt ist er tot. City spawnen, City spawnen ist einer. City spawnen. City spawnen. Der ist auch gesprungen. Wette! Donner gesprungen. Nein. Doch. Oh Gott. Oh Gott. Ist der ohne gesprungen da jeden? Wie sieht das so aus? Hm. 20 April. Ich komme drauf. Ich komme. E. B? Fast. Ich flashe. Oh, sorry dude. Nein. Sorry. Mike. Du bist wirklich Hashtag unfähig, oder? So. Oben ist auch schon wieder einer. Also Lower Cutter. 15 Nadesp. Der ist tot. Der ist tot, Renni. Pass auf. Da kommt der go. B ist clear. Geht drauf, geht drauf. Einer ist nur dort. Das ist ne Arme. Und ein CTO. Fenster. We know. Thank you. Hat er's. Ne Arme. Ja, ich weiß. Hast du auch noch die Ruhe gemacht? Oh ja, ich... Er weiß ja wo ich bin. Warum bist du nicht einfach dort geblieben? Ja dann kommt er um die Ecke und piekt mich kaputt. Na und? Ich kann da nen Scheißdeck machen. Wenn du mir Zeit rausgeholt hast. Ja, wär wahrscheinlich besser gewesen. Sorry. Bomb has been defused. Counter-Terrorists win. Ich erfick die jetzt nochmal. Ich hab meine einzigen vier Kills gemacht mit der Abo. Du bist wirklich cool, Mike. Ja. Das ist halt die Sache. Du musst jetzt spielen, weißt du? Halt doch mal! Die Schnauze hier. Oh ne Mist, ey. Ich bin so am Arsch, ey. Hat auf jeden Fall nen Hit. Ja. Und tschüss. Jetzt ist er da. Ja, er drückt mir wieder direkt in den Kopf, Alter. Jetzt vergessen. Nein, und wolltest du sie nicht zer... In deinen Worten glaub ich zerficken? Ähm, ja. Warum hast du's nicht gemacht? Ähm, ähm... Nur Frage. Tino hinter dir. Wie bitte? Hinter dir, Tino. Willst du mich verarschen? Nein, nicht meines Ernstes. Das ist ne Abo Unspot. Oh Gott, da ist ein Abo Unspot. Alter. Oh Gott, ist der drin. Ähm, inner Unspot. AWP. Bei den KISS, genau dort. Also AK-Spray hat der Typ noch nie wieder gegeben. Äh, unser Maid. Unter Spray-Control. Auge um Auge, Zahn um Zahnti noch. Entscheide die Fresse jetzt. Der Step von dem. Das ist ja natürlich bitter, Tino. Ich meine, du tust mir voll leid. Der steht 6-0. Was ist da los? Let's go, my brothers. Das ist ja echt eine Ehrenzeit, oder? Einer hat nen... Der ist voll Flash, der Pisser! Und natten... Ich hab ihn geirrt. Wow, Tino. Sehr schön. Wow, Tino. Eins. Da sind schon zwei im Cross, Tino. Ich nimm die... ...Kenn halt die raus. Oh Gott. Was ist los mit dir? Ich hab keine Ahnung. Zwei Cross und einer B. Noch einer. Was machst du da, Tino? Ich hab keine Ahnung. Einer war B. Keine Ahnung, ob ich davon gemoved ist. Der war Elevator. Elevator ist der immer noch. Elevator. Der hat dich gerade, wenn Tino so ne geile Runde macht. Dann kriegt er dann einen Finger-Klaus irgendwie. Ja, aber... Ich glaub, ist er nicht gerade. Äh, ich verstehen. Ich glaub, haut an die doch zurück. Äh... Penalty. Wo war nochmal meine Penalty? Man! Das wär so schön gewesen. Hallo, Mike. Das ist jetzt nur einer B-Gesicht. Geht auf B, das ist doch die Kliebe. Oh, langsam durch... Oh, Randy! Flashback! Wenn du nicht bei mir die Schnauze hältst, halte ich sie dir. Ja! Ich hab schon erst meinen Rücken. Ja, was bringst du ja nicht damit die... Alter... Das ist bei den Kisten B, bei den Kisten. Oh, Mann! Aber B sollte clear sein, laut Mike. Ach, das... Wie gesagt... Das kannst du mir von überhören, was der labert hier die ganze Zeit. Also, das war am Anfang. Wenn es schade, dass man im TS nicht muten kann. Was? Natürlich kannst du die muten. Klar geht das immer... Darfst du aber nicht. Das ist gegen die Serverregeln. Der wird auf Twitter. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wiedererdrückt oder was? Auch, aber wir haben ne Runde gewonnen. Ach so, ja, naja, klar wiedererdrückt. Also wir haben... Du kommst um die Ecke und dann schießt er auf dich und macht da... Leite Puzzinkill. Wir haben die Runde gewonnen. Ja, ich freu mich auch. Ich hab ja gesagt, es ist jetzt alles mal. Also, Tino und Renni... Mach dir das bewusst, dass ihr die ganze Zeit eigentlich dieselben Stats habt? Nach jeder Runde? Wie? Ihr habt seit jeder Runde irgendwie dieselben Stats. Zwei lang. Ich weiß nicht, was du willst jetzt damit oder meins. Nichts? Ich hab nur gesagt, dass ihr lediglich das... Ne, egal. B 61 zu pressen. Und geil und B will 40 HP. Ja. Ein in der Mitte? Ja. Was ist es, Alter? Ah, it's me, it's Alter. Ja. Scheiße. Ja. Morderkümmer. Wollt ihr nicht auf A gehen und planten einfach mal? Oder gucken, ob es hier ist? Boah. Smoke. Grenade. Äh, die sind schon kleine Entziehung. Achso. Grenade in die Fresse. Einer sollte lang gucken. Bin doch schon dabei. Nein. Kurz kannst du nicht geholt werden rein. CT. Nice. Kannst du also ruhig offensiver lang gucken. CT. Oh, es ist jetzt ein Fisch. Was ist denn? Fug. Wir sind jetzt mal dritten. Quatsch. Da hinterher die Fisch. Was war das für ne Flash gerade? Ne, B-Flash. Aha. Weil die Oma, der fand da hängen geblieben ist und alle davor geflasht hat, vor B? Ja, dann war sie ein bisschen schlecht geworfen, aber normalerweise fliegt sie drüber, weißt du? Ach so. Ja, so wird sie normalerweise geworfen, dass sie halt drüber fliegt. Ja, ich weiß, ich weiß, aber die Frage ist ja, äh... Wenn man sie gut wirft. 3B, 3B. 3B? Ja, ist schon wieder schlecht. Mike ist übermotivet gegen 3, weißt du? Wow. 1HP hat er, 1HP. Gut, dann sollte ich ihn ja töten. Wo ist er? Äh, tot. Einer sollte Katastrophe aufpassen. Gut. Danke, Hauptlässe. Katast. Zino, darf ich ein Erinnerungsfoto von der Waffe? Geflaschen! Nein. Okay. Respawn. Hast du mich ernsthaft angehittet? Allein die Ned ist komisch geflogen. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich geblendet war. Okay. Ich hab mir was mir da mit 43 gegeben und mein Teammate hat mir auch... Der andere hat mir 30 gezogen. Und 70 hat einen durch Teammate tot. Was? Das ist blöd. Verstehe ich. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Malte, drop mir mal bitte ne Arse. Dann dropp du mir ne AK. Ja. Ach, das scheiß Ding ist auch noch ein Stat-Dreck. Klappt das! Wenn wir jetzt gegen gesehen, hast du was gesehen? Grün! Nein! Also einen am Anfang hab ich gesehen. Mängel. Das ist wie dieses One Steps. Aaaaaaah. Was ist das? Oh man. Hopeless. Dein... Nein, was ist der Mike? Was... Mike? Was war da das? Lang übrigens. Für den ersten Schuss. Dann gib B. Gib B. Gib B. Hobby. B ist anscheinend clear. Nein. Schön. Ist aber ich glaub ich ein Bug da ist, wenn man so lange nachsteppt, oder? Ja, nein. Tino weiß nicht, ob das ein Bug ist. Auf jeden Fall ist es da. Nein, es ist kein Bug. Und es ist unterschiedlich lang. Weil... Ne, Tino hat gerade die Operation und er hat nur Steps gemacht. Ja. Ja. Das ist... Kann auch sein, dass es gewollt ist, Mike. Jetzt ist es bei... Hängt der aber auch schon geschlossen? Wo? Äh... Na hier. Ja, Mike. Es kann sein, dass das gewollt ist. Da ist die beste Waffe. 50 HP left. Der ist schon vorne. Der war da vorne rechts. Ja, der ist schon hoch. Bendy. Da geht's. Wow. Wie gesagt, Mike. Es kann sein, dass es gewollt ist, dass das so ist. Nur ist es komplett kacke. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das alles nochmal zurücknehmen, was sie gepatcht kann. Wenn Terrorist's winnt. Bestest on your world. Na? Mhm. Hm. Please don't speak with me. Thanks. Smoke! Flashback! I'm throwing a Flashback! Was? 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 Was ist mit denen gerade niedergemäht? Ja. War das sich vor meine AWP gestellt hat. Haha. Sehr gut. Arzt, wir... Einer vom City! I'm so sorry. Oh Gott. Bei CT, einer vor. Bei CT! Kann ich blenden, ich brauche noch Hilfe. Wenn die hat nicht, wenn die hat nicht. Einen kommt eventuell kurz noch. Ja. Drei Schuss. Ah fuck. Mist. Hat nicht gesehen wohl. Egal. Mach keine Laune du. Geh doch. Geh doch. Genau, absolut unkonzentriert. Warum haben wir immer, keine Ahnung, irgendwie saumüde. Also nicht müde, sondern so schläfrig. Äh, weniger, äh, mehr schlafen sollen. Let's go. Smoke. I'm throwing a flashback. Throwing a flashback. Smoke. Wir hatten die Flash geschmissen. Ich nicht. Ich kann. Wow. Ja, genau. Hm. Interessiert das nicht, ob da eine Smoke liegt. Ich bin nicht. Nee, aber würde ich hier hinten ein Eck hocken wollte. Du wirst nicht. Ja doch, bei Ninton. Ja, die wird wieder in ihr Eck gegangen sein, oder hockst du immer? Ich kann mit dem, was ein. Ah! Geht hier unten lang, steppen die. So schön wie du das machst, aber wenn ich dir einen Overwatch angucken werde. Du Scheiße. Hättest du uns aber nicht, wie schön es halt jetzt gerade ersparen können. 562, hab ich dir noch gedrückt. Halt wieder B probieren, oder? Das funktioniert besser. Warstehende die AWPs. Okay, dann nicht. Das klappt gar nicht. Ich bin noch hin auf dir. Ja. Ich bin auch da. Grenade. Au. Alter, das klaut, häcker? Wow. Oh, fuck. Was? Ich krieg jetzt eine AWP. Ja. Na, hat hergewechselt. Hm. Der weiß ist aber auch der Kleine. Der hat dich gesehen, wie du da hingelaufen bist. Kann doch nur mich nicht gesehen haben, weil ich bin da hingeschliffen. Ja und, der war aber der CT. Da hat er dich gesehen vom Winkel her. Wenn ich von den Lower Tunnels komme, kann er mich nicht sehen. Hey, du bist da rum gekommen, oder? Nein, ich bin von Lower Tunnels. Du bist von Lower, okay. Dann, dann komme ich. Dann, sorry. Er kann halt bloß, ne. Ja, ja. Schon mal, ja, da so typisch halt. Einfach mal rumschießen. Kann man ja öfters mal machen. Aber hey, ja, der hat halt eine AWP gehabt und hat halt geswitcht, was ich halt nicht denke. Boah, ne, guck mal. Da wollte er ihn noch. Der Bidon hat die Fliege hätten, Alter. Der Typ gehörte mit nem Sauhüben zu. Ah, ich muss ihn ja leider holen. Ah, der No-Sound, der ist aber für seine... Oder sechs Jahre. Hm. Der No-Sound ist aber für seine Verhältnisse schlecht. Eben schlechter Typ. 2.600 Stunden CSG. Wie viele? 2.600 Stunden. Oh, das ist krass. Kann mir jemand eine AK droppen? Oh, Sigi. Thanks. Oh, do you want a AK? Wo bist du? Do you want a AK? Ganz hier unten. Komm hoch. Ah, hinter dir. Äh. Ich hab einen Hit. Daniel mit hat einen Hit. Ah, okay. Hat einen Hit? Ja, garantiert hat er. Oder ich hab inzwischen die Beine geschott. Das ist ein Maßheim. Auch das macht Schaden. Auch das macht Schaden. Gunt. Ja. Er hatte die Offensiv mit. Ja. Oh Mann, kurz kommt Offensiv jetzt, ey. Kann man doch vergessen? Da können hinten raus. Okay. And, Sputino. Bäääääää... Unter dir könnte eine kommen. Der hat jetzt aber wohl Zeit gelassen, der. Er hat nachgeladen. Der auch, ja. Von rechts. T-spawn. Links kommt. Ne, doch nicht. Leider noch, der ist links. Na, wir haben. Die haben wir auf A. Da ist aber noch Zeit, deswegen. Die überkommt auf A. Okay, jetzt muss ich genauer anhören. Blank für kurz, blank für kurz. Wo ist kurz? Der andere Seite weg. City spawn, City spawn. Ich hätte den kommen lassen sollen, fuck. Aber egal, war trotzdem ein schöner Versuch. War gut. Ich bin in die Ecke da, werde ich mich nie hinhocken, weil du da deine Waffe dann hält durchsiehst. Wo blendest du für kurz? Auf der anderen Seite der Kisten. Ah. Versteher. Also direkt an der Ecke. Ich weiß nicht, ob die das jetzt rausgepatcht haben, weil du oben nicht blenden konntest. Aber da dürftest du eigentlich blenden können. Ausmal. Oh, auf die letzten drei Runden. Ich glaube wir schneiden nicht, oder? Ne ne. Ach. Ne ne. Ach Quatsch, doch. Wir schneiden, ey. Das ist easy win. Ich schwore uns, dass der nach der Aktion ja nicht gleich ausgerostet ist. Ich würde gerne A gehen, wenn die... Da unten In der Mitte war einer, eventuell kurz Lang, einer durch Kurz, ja Kurz, einer durch Noch einer kurz durch Die haben wir hier noch auf den Kopf ziehen müssen Die haben Schall, Alter Alter Einer sitzt bei den Küsten, hinter den Küsten Oh nein Auf lang Ist aber weggegangen Ist echt vergessen Der steht offensiv zu lang eigentlich Warten wir müssen in die Schüsse rein Ja Gleich in die Schüsse rein Eigentlich war ich schon bei 20 bei dem Ich dachte, der hört jetzt auf 24 hat das Ding Ja Deswegen, ich dachte, der hört jetzt früher auf Er schießt in den Magazin, der erscheint Soll ich kauf Ah, mach mal, kommt ja bei Kauf, kauf 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 Kup Kauf 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 Mit Muster drauf. Das ist auch richtig bekloppt, oder? Klar, es hat sich wie die AK nur ein bisschen aufgekloppt. Schön, Mike. Schöner Hand-One-Click. Ich war Full-Flash. Loh, ich hab's gar nicht gemerkt, dass ich im Handy gedrückt hab. Doch, hast du. Oh, ich hab ihn da hinten noch gegeben. Schönes Ace, Mike. Schönes Ace. Weißt du, was das war? Bei mir kam grad ein Pop-up von Antivirus. Und ich hab nix gesehen und ich hab mal mit drauf rumgeschossen. Ach, deswegen wurdest du geflasht? Von Antivirus geflasht, ja? Nein, ich war wirklich. Also manchmal kann man sich das nicht anhören, dass alle arbeiten. Nee, stimmt. Ey, das ist wirklich, das ist nicht normal, oder? Naja. Für RTL gemacht halt, ne? Ach so, ja. Ja, das ist doch schön. ECRTL und lass deine Story versuchen. Dann tut das auf den einfachen kurzen Satz mit drei Wörtern aus und fertig ist die Laube. Da musst du ein bisschen drum herum reden. Müsst du uns ja, ja. Müsst du uns ja immer hier verlabern, ne Stunde lang. An sich sieht die ja ganz schick, also ich glaub das ist Factory New. Aber so Extravail hab ich sie halt nicht. Also hier im Tannen ist nix drinne. Vielleicht nicht ob die vor lang warten, aber... Also irgendwas schießt auf lang? Trotz gesmoked, waren sie ja noch an euch? Ja, hopples. Ja, guck doch im Chat. Okay, okay. Äh, warte, ich bin jetzt hier mal bei vor lang. Ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Okay, AWP, äh, gucken ob du die AWP wegholen kannst. Ja Malte. Komm, der hat geschlossen nur in dir. Hab ihn. Danke. Zwei Short. Zwei Short. Bitte. Ey, wo kam die dann auf jeden mal her? Ja. Du Randy? Ist Short noch? Ja, ja. Ja. Sieht, die ist vorhin schon runter. Trotzdem, wo kamen die her? Weil ich war hier überall. Ich weiß nicht, wie die auf Short gekommen sind. Ey, die sind Lower Cutters raus. Glaub ich. Ja, die haben davor gewartet, wenn die vor Cutters gewartet haben. Achso. Bis eine Minute und dann werden sie losgelaufen sein. Ja, nein, die haben vor B gewartet und die sind dann Lower Cutters raus. Ja, hab ich das gezeigt. Ich hab noch mal Glück gehabt, das ist nicht so. Klappe, 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 Klappe halten. Klappe halten. Klappe halten. Nächste Runde. Alles gut. Pack. Hm, trifft mich aber hier das Matter-Tipp. Oh. Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. 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 AWP steht weiterhin Lower Tunnels, könnte sein. Lang. 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 Steps. Ne, Moment. Keiner kommt. Steps jetzt wieder bei mir in der Mitte. Woher Tunnels, wie das aussieht. Ne, das ist... Kurz einer. Habe ich. Doch nicht. Alle kurz. Short. Watch out. 2 durch. Komm jetzt. Ohhhh. Ist mit. Nein, warum kommt der rum? Lass mich doch die Brandgranate da drauf werfen. Nein, jetzt. Noo. Ich hab' da nicht stehen. Ich hab' da nicht stehen. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht mehr. Einer mit. Einer Window, eine Arfe. Einer war eventuell links hinter den Kisten. Eventuell links hinter den Kisten. Eventuell links hinter den Kisten. Oh fuck. Das war ja ein Natefail hoch 1000 da gerade. Ja, ja. Aber hast du den Seins gesehen? Ja, ja. Weswegen ja auch. Oh fuck. Und du dann willst du den Kisten hoch. Ja, die Weck geht jetzt schon. Oder weil der Kisten hoch. Obwohl die Kisten hoch. Keine Skisten hoch. Ja. Bäm bäm bäm. Hast du den Seins gesehen? Das war doch nix. Was!? Mit der Glock hat er dich geholt. Acht und neunzig, alter. Ach und neunzig, alter. Ach, du neunzig, alter. Ach und neunzig, alter. Ja, da hat mir der Club zwei Handys gedrückt, ne? Er hat einen Diffuser, deswegen würde ich es probieren. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Will er nicht so dumm, ey? Dann kriegst du auch nichts. Er hat einfach in die Hand gebissen, die ihn füttert, das macht man nicht. Wie sinnlös die Awe hier durch die Türn schießt. Hat er Stepped? Kommt mal. Ne geht runter. Oh, Alter. War es deine? Ja. Sorry. Stufen hängen geblieben, ja. Einer lang. Ja, lang und kurz sind durch. Zwei lang. Uwe ist lang. Achso, der andere ist schon raus, gut. Aaaaaaah, Fremdly. Hat er niemand ans Weiße getroffen? Wieso hast du eigentlich ne Necke fallen? War ein gut B da, Mercedes. Ja, Fremdly hast du ihn gedrückt, Mike? Nichts? Nichts. Klar, so schlecht wie du gar nicht geschossen hast. Ne, wenn du, ähm, wenn du B oben hockst, kannst du mir der Necke so gut schießen. Also wenn du oben auf der Kiste hockt eigentlich. Mit der Necke? Dropp mal, dropp mal bitte Tekko, falls das geht. Oder Rendi, dropp mal. Guck mal was? Mist, scheiße, was denn das jetzt? Äh, 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 hier. Danke. 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 Oh Mann. Angefreckelt. Ist die Eber nicht so gut? Wird er voll Flash? Schiit. Oh Gott, der fängt da selber. Gute Ahnung. Ist er gut? Schiit. Schiit. Lässt dich einfach nichts ablenken. Ein der Mitte noch. Halt einfach nein. Ja, ist noch drun. Da ist nicht was gegangen. Schiit, nicht kurz. Reiche wird A, denk. Sei kurz. Gefälliger bitte. Das wird... Ja. Ich bin kurz gegangen. Ja. Wie lange hast du ihn angeguckt, Malte? Sind alle Antworten, Tino. Hä? Danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier komm her, ich pushe dich, ich pushe dich, ich pushe dich. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Nice. Sorry Malte, hätte man machen können. I'm defusing the bomb. Bravo mit Malte. Bomb has been defused. Get under turist's wind. Ahem. Haben wir versucht? Der hat die aufgefangen. Hopeless. Can you drop her off, please? Thanks. You need something or... ... 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